Feurio zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Lego Pokémon Aufbau Video. Wobei das ja nicht wirklich Lego ist, aber ist ja auch egal. Wir bauen heute ein Relaxo zusammen. Und wie das Ganze von starten geht, das seht ihr jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Und fertig. Geil geworden, oder? Miri sagt ja immer, ich sehe ein bisschen aus wie Relaxo. Deswegen ist das Video auch auf meinem Kanal gekommen. Wenn ihr das nächste Pokémon-Aufbau-Video sehen wollt, dann guckt nächste Woche unbedingt bei Miri auf ihrem Kanal. Da gibt es das nächste Pokémon. In dem Sinne, haut rein, macht's gut und gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.